Ich sitze in der Bar des Deutschen Theaters Berlin und warte auf die Aufführung der Collage Die Schönheit von Ost-Berlin. Ich weiß nicht so genau, was mich erwartet, aber ich denke, dass man das Stück vielleicht genau in dieser Bar spielen sollte, da sie die DDR-Atmosphäre hat, die man nicht mehr so oft in Berlin findet. Wandvertäfelungen, Böden, Leuchten scheinen tatsächlich noch aus DDR-Zeiten zu stammen und vermitteln 25 Jahre später einen seltsam verstaubten Charme. Bastian Kraft hat aus unterschiedlichen Textausschnitten, aus Werken von Ronald M. Schernikau eine beeindruckende Collage für fünf Schauspieler zusammengetragen, in der das kurze Leben des Schriftstellers vor den Augen des Publikums in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin dargestellt wird. Schernikau ist einem breiten Publikum wahrscheinlich nicht bekannt. Die Collage wirkt dem vielleicht ein wenig entgegen. 1960 wird Schernikau in der DDR geboren. 1966 schmuckelt der schon in der BRD lebende Vater ihn und die Mutter in die Bundesrepublik, wo aber weder ein intaktes Familienleben noch eine Eingliederung in das kapitalistische System der Bundesrepublik gelingen. Schernikau wird als jugendlicher Mitglied der DKP. Parallel zu dieser politischen Entwicklung findet sein schwules Coming-out statt. Das ist in seinem ersten Werk-Kleinstadt-Novelle Thema. Die ersten Studienjahre absolviert Schernikau in West-Berlin. Dann wechselt er als West-Berliner an die Uni Leipzig. Auch der Kontakt mit dem DDR-Schriftsteller Peter Hacks veranlasst ihn, die Staatsbürgerschaft der DDR zu beantragen. Und er zieht ein Jahr vor dem sogenannten Mauerfall nach Ost-Berlin. 1991 stirbt er 31-jährig an Aids. Matthias Frings hat ihm eine umfangreiche Biografie gewidmet. Der letzte Kommunist, das traumhafte Leben des Ronald M. Schernikau. In ihr und in Schernikaus Texten selbst werden die inneren Zerrissenheiten und die Unfähigkeiten, wirkliche Lebenswurzeln zu schlagen, verdeutlicht. In der Collage des Deutschen Theaters spielen Elias Ahrens, Thorsten Hirse, Bernd Moss und Wiebke Mollenhauer den vervierfachten Ronald M. Schernikau. Auf einer kleinen Drehbühne ist eine Insel aufgebaut aus Möbelstücken, aus Gerümpel, aus Utensilien aus der DDR. Diese sich dauernde Insel verkörpert zum einen die DDR, zum anderen den tatsächlichen oder auch erträumten Lebensraum Schernikaus. Die vier Spieler klettern immer wieder über die Einzelteile, die da übereinander gehäuft sind. In und auf ihnen verdeutlichen sie Facetten des Schriftstellerwerdens, des Schulseins, des Sohnseins, der fehlenden politischen Heimat und der Sehnsucht nach einem funktionierenden Sozialismus sowohl im Westen als auch später im Osten. Und letzten Endes muss man sagen, es sind Facetten des Unglücks. Aber es bleibt offen, ob es in Schernikaus Leben nicht doch auch Glück gab, wie in jedem Leben. Margit Bendogat ist in der Collage Schernikaus Mutter Irene Binz. Sie sitzt an der Seite der Spielfläche auf einem Stuhl und spricht am Rande des Geschehens ihre Einschätzung der gezeigten Abläufe. Dies geschieht weitgehend in Blankversen, die von Schernikaus selbst stammen. Er hat seine Mutter in einem Versmonolog charakterisiert und literarisch festgehalten. Margit Bendogats Fähigkeit allein mit ihrer hohen Sprechkunst tief zu berühren, hat mich sehr beeindruckt. In manchen Texten Schernikaus werden das Deutsche Theater Berlin und die Kammerspiele explizit als herausragende Bühnen erwähnt. Wie schön, dass genau hier diese Collage zur Aufführung kommt. Theater. Viel geweint und viel gelacht, viel nachgedacht und selbst gedacht. So soll es sein. 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 Vielen Dank.